Okay Freunde, let's go. Ich weiß, das ist ein bisschen gewagt vielleicht. Hallo und willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich stelle euch mal eben hier ab. Ich habe mir für heute einiges vorgenommen. Und zwar werde ich versuchen, eine Fachpräsentation an einem Tag komplett zu erarbeiten. Ich weiß, das ist ein bisschen gewagt vielleicht, aber hört mir zu. Ich erkläre. Ich hatte dieses Modul Storytelling schon gewählt gehabt. Also ich wollte das eh schon länger machen. Und habe mir das Modul gestern einfach nochmal angeschaut, weil ich auch letztens gehört hatte, dass das sehr gut, sehr schnell machbar ist. Ich bin also gestern so ein bisschen das Skript durchgegangen. Und dann dachte ich mir schon so, das hört sich irgendwie voll interessant an und voll spannend an. Und eigentlich war ich ja gerade bei Sozialpsychologie, also mich auf die Klausur vorzubereiten. Aber ich sitze da jetzt auch hier schon länger dran und habe ja schon mehrmals gesagt, dass es mich einfach irgendwie so ein bisschen, dass es das Ganze so ein bisschen schwierig macht, weil ich da eben schon so lange dran sitze. Und deswegen dachte ich, wäre das ja eigentlich ganz cool, so eine Abwechslung zu haben. Und vor allen Dingen, wenn man das wirklich schnell schafft, dann auch einfach schon so ein Erfolgserlebnis zu haben, weil das ist halt irgendwie motivierend. Und ich habe auch einfach mega Bock darauf bekommen, als ich mir das Skript gestern angeguckt habe, weil das Modul ist halt echt mega spannend. Und ich habe dann gestern nämlich auch schon das Skript durchgearbeitet. Vor allen Dingen den Teil, der halt wirklich auch wichtig ist, sag ich mal, für die Präsentation. Und mir hat auch schon eine Aufgabenstellung ausgesucht. Es gibt nämlich drei Aufgabenstellungen, aus denen man sich halt eine ausdrucken kann. Und ich habe mir die ausgesucht, bei der es um Storytelling im Film geht. Heißt also, meine erste Aufgabe heute ist es halt, einen Film zu gucken. Und ich finde es ziemlich cool. Das ist heute der erste Arbeitsschritt einfach. Mega. So sieht jetzt einfach mein Arbeitsplatz für den ersten Arbeitsschritt aus. Die Aufgabe besteht nämlich darin, dass wir uns ein Konzept aussuchen, also wie Filme halt aufgebaut sind, und dazu dann einen passenden Film nehmen und den danach analysieren quasi. Und als ich das Skript gelesen habe, ist mir direkt bei der Heldenreise, so ist dieses Konzept, Struktur, so heißt es halt, ist mir direkt Herr der Ringe angefangen. Also die ganze Zeit, als ich das gelesen habe, jeden Schritt quasi, den der Held dann durchlebt, ist mir die ganze Zeit Herr der Ringe im Kopf geblieben. Also das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Und deswegen habe ich mich aber jetzt dafür entschieden, weil, keine Ahnung, ich musste da eh schon die ganze Zeit dran denken. Und deswegen, glaube ich, kann man den da sehr gut nachanalysieren. Und das ist halt auch irgendwie ein Klassiker. In meiner Welt ist es ein Klassiker. Und meine erste Aufgabe ist jetzt einfach, Herr der Ringe durchzuschauen. Ich habe mich für die normale und nicht die Extended Edition entschieden, weil ich nicht vier Stunden hier sitzen möchte. Das heißt, wir haben nur drei Stunden, die ich jetzt mir diesen Film angucken werde und das Konzept danach halt, also den Film danach halt analysieren werde. Wenn ich dann damit fertig bin, können wir uns an die richtige Präsentation machen. Also eine PowerPoint oder so zu machen und mir zu überlegen, was genau ich dann darin sage. Aber ja, wie gesagt, erst mal first things first. Ich muss jetzt einen Film gucken. Ich muss jetzt einen Film gucken. Ich habe mir jetzt hier einiges aufgeschrieben. Ich saß da jetzt echt auch wirklich drei Stunden dran. Ich habe die ganze Zeit während des Films geschrieben. Ich habe jetzt irgendwie hier drei Seiten voll oder so, weil ich mir auch dann dazwischen noch immer wieder Notizen gemacht habe, weil mir schon so viel eingefallen ist. Das ist so krass. Und es hat auch irgendwie richtig Spaß gemacht. Ich finde es richtig motivierend. Einfach, weil es natürlich ein schöner Film ist, aber auch so, weil es war sehr gut darauf anwendbar, das Konzept, was ich gewählt habe. Aber eine Sache, die mir so ein bisschen Sorge macht, ist, dass es halt heute eh schon so ein bisschen bewölkt ist. Und ich würde ganz gerne das Ganze, diese Präsentation, die muss ich nämlich aufnehmen, bei natürlichem Licht aufnehmen. Und dann habe ich halt, also das geht halt dann immer ein bisschen schnell. Und die Wohnung ist eh sehr dunkel. Deswegen bin ich so ein bisschen gestresst und habe Angst, ob ich das überhaupt richtig fertig kriege. Ich kann gar nicht einschätzen, wie lange es noch dauern wird oder nicht. Ich meine, es ist auch ein bisschen krass, das Ganze an einem Tag zu machen. Und ich habe ja auch gestern schon ein bisschen dran gesessen. Aber ja, ich möchte mindestens die Präsentation und alles heute fertig kriegen. Selbst wenn ich sie noch nicht halten kann. Ich werde jetzt aber erst mal aus dem Bett kriechen und mir was zu essen machen. Ich werde jetzt mal aus dem Bett kriechen und mir was zu essen machen. Ich habe jetzt quasi den Hauptteil erarbeitet. Aber es fehlt noch so ein bisschen dieser Vorstellungsteil. Also ich muss noch den Film so ein bisschen vorstellen. Und dieses Konzept, was ich mir ausgesucht habe, muss ich auch noch vorstellen. Also das muss ich für die Folien auch noch erarbeiten. Aber ich glaube, das mache ich nicht so vorher, sondern ich fange gleich mit den Folien einfach an. Und ich muss auch noch ein Fazit anschreiben. Aber in der Hauptteil habe ich schon mal. Jetzt muss ich nur noch die ganze Präsentation erstellen. Was ja auch noch ein bisschen ist. Vor allem, weil ich da auch noch auch so Sachen wie halt dieses ganze Grafische und Bilder raussuchen und so. Und ich weiß auch noch nicht genau. Und ich habe auch ein bisschen ein Problem, mich zu entscheiden, wo ich meine Präsentation mache, mit welchem Programm. Ich habe mir jetzt gerade hier schon so eine Vorlage bei PowerPoint angeguckt. Aber die gefällt mir nicht so super gut. Und dann habe ich halt bei Canva geguckt und diese hier gefunden. Das fand ich eigentlich ganz cool so. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann einfach die Vorlage nehmen. Oder ja, ich glaube sogar actually die. Und auf Canva, ich bin mir nie sicher, ob man das wirklich so sagt. Ich habe da halt auch nie eine Präsentation gemacht. Das heißt, ich bin so ein bisschen unsicher, wie das zum Beispiel ist mit, wenn man so Sachen nacheinander einblenden möchte und sowas. Deswegen mal schauen. Aber ich habe das Gefühl, da kann man so ein bisschen grafisch mehr machen, was mir gefällt. Ich glaube nicht, dass es so super wichtig ist, wie die Präsentation am Ende aussieht. Aber es soll schon irgendwie einigermaßen professionell aussehen. Oder so, als hätte man es nicht mehr gegeben. Und ja, ich hatte auch gerade nebenbei beim Essen schon ein bisschen nach so Bildern und so geguckt. Deswegen, genau, mache ich mich jetzt mal daran an die Erstellung der Präsentation. Let's go. Wish me luck. Wish me luck. Okay, Freunde, der erste Teil ist fertig. Also quasi dieser Einleitungsteil so. Ich habe jetzt das Deckblatt schon gemacht. Ich zeige euch das einfach gleich alles mal und auch schon ein paar Bilder eingefügt. Ich habe aber bei mir überlegt, dass ich das mit den Bildern dann ganz am Ende mache. Dann ist es leichter mit dem Abbildungsverzeichnis und so. Aber ich habe so Spaß daran. Es ist so schlimm, weil ich mir gerade denke, ich habe nicht so viele Präsentationen im Studium, sondern ich habe halt vor allem Klausuren. Und das macht mir aber so Spaß gerade. Das ist so schrecklich. Also falls ihr auch an der IU studiert und das Modul Storytelling habt, ich kann es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Es macht sehr Spaß. Genau, ich zeige euch jetzt einfach einmal meine Präsentation, weil ich bin gerade sehr happy. Aber ob ich das heute noch schaffen werde? Ich könnte es schaffen, aber ich muss halt mir noch überlegen, wie ich das Ganze präsentieren werde. Deswegen wird das vielleicht doch noch ein bisschen dauern. Aber ey, ich finde sowas immer toll. Ich mag so kreative Aufgaben. Ich werde da so motiviert durch. Und jetzt zeige ich euch einfach mal meine Präsentation, einfach mal meine Präsentation bis hierhin. Also hier ist halt einmal mein Deckblatt. Und diese ganzen Animationen, das ist mir wirklich viel zu viel. Das muss ich noch einfach machen. Mit dem, mit der Folie bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Auch hier muss ich noch mal schauen. Aber ich wollte das halt einfach einmal schon mal so runterschreiben, damit ich schon so eine Basisstruktur habe quasi. Die ganzen Animationen, ne? Die sind mir echt viel zu viel. Dann haben wir hier einmal die Filmvorstellungen. Ich glaube, das sind eigentlich ganz gute Fakten, die man hier nehmen kann. Da habe ich hier schon mal so ein paar Bilder eingefügt. Mir befällt auch diese Vorlage sehr gut, weil ich die sehr gut so auf meine Bedürfnisse quasi anpassen kann, wie ich das gerade brauche. Und dann haben wir hier das Konzept erklärt. Wie gesagt, ich überarbeite das alles nochmal, falls da irgendwelche Fehler noch drin sind. Genau. Also das ist, was ich bis jetzt habe. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, wie weit ich kommen werde heute. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt auch weitermachen. Ich werde mich jetzt an den Hauptteil setzen. Ich habe das hier hier auf meinem iPad das alles eigentlich schon aufgeschrieben. Ich werde mir da aber auch noch mal überlegen, ob ich da vielleicht noch einige Sachen abändere. Ich mache mich jetzt schnell dran, weil ich möchte hier auch weiterkommen. Okay, ich habe jetzt alles fertig. Einziges Problem ist, es ist schon ein bisschen dunkel. Draußen ist es richtig am regnen. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich würde das halt mit meiner Webcam gleich aufnehmen. Ich finde auch mit künstlichem Licht, das ist, glaube ich, wäre nicht so schlimm. Und ich muss halt aber noch meine Karteikarten machen. Also ich wollte auf jeden Fall Karteikarten haben, allein schon damit, wenn man es halt in der Hand hat. Und auch, weil ich finde es halt tausendmal besser, wenn man auf seine Karteikarte guckt, als wenn man auf den Laptop guckt. Also ich habe diese Präsentation an sich komplett fertig. Aber ich glaube, das ist ja auch irgendwie das Wichtigste, was man halt sagt bei der Präsentation. Und ich glaube, da möchte ich mir jetzt nicht so schnell durchrushen, damit ich das halt möglichst schon auch fertig kriege. Also vielleicht ergibt es mehr Sinn, das Ganze heute noch nicht zu machen. Aber ich bin auf jeden Fall voll beeindruckt davon, was ich habe. Also fast eine ganze Präsentation, what the fuck. Das heißt, ich werde mich jetzt an meine Karteikarten machen. Und ich muss halt nämlich auch noch gucken, dass das Ganze auch die richtige Länge hat. Das Ganze soll halt 15 Minuten lang sein. Und ich glaube, so, weiß ich nicht, eine halbe Minute drüber runter, vielleicht eine Minute ist noch okay. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange das gerade ist. Deswegen, ja, mache ich mich jetzt an die Karteikarten, gucke mal, wie lange das ist. Und dann schaue ich mal. Dann könnte ich das morgen machen, wenn es ein bisschen heller ist. I don't know, mal schauen. Ich gucke einfach mal. Ich gucke einfach mal. Ich schaue mal, wann ich es morgen einrichten kann. Aber ich glaube, das werde ich so machen, weil ich mir gerade dachte, so, boah, ich würde es voll gerne heute noch komplett abgeben. Aber ich glaube, das wäre nicht so schlau. Also, wenn ich nochmal quasi eine Pause habe, weil die Sache ist, ich könnte das easy heute fertig kriegen. Also, es ist noch nicht so spät, ne? Es ist noch ein bisschen hell draußen. Und selbst wenn nicht, ich könnte auch mit künstlichem Licht das Ganze machen, das wäre nicht so schlimm. Aber mein Gedanke ist eher, es ist vielleicht besser, wenn ich morgen dann über das ganze Fertige nochmal drüber gucken kann, wenn ich halt so eine Nacht dazwischen schon drüber geschlafen habe, als wenn ich halt jetzt alles komplett heute mache. Da hat man ja so, da hat man keine Distanz mehr zu dem, was man so gemacht hat. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich werde mich jetzt erst mal an meine Kategorien machen. Dann gucken wir weiter. Dann gucken wir mal an die Kategorien. Ich habe jetzt so ungefähr die erste Hälfte schon mal fertig und damit ich nicht so komplett daneben liege nachher, werde ich jetzt durch einmal das einfach testen. Also vielleicht würde ich mich auch sogar extra so hinstellen, als würde ich den Vortrag halten. Kann ja nicht schaden, ne? Genau, den ersten Teil einfach quasi einmal, also so die ungefähr erste Hälfte einmal durchgehen und testen und die Zeit messen. Einfach damit ich so ein bisschen eine Vorstellung habe davon, wie lange ich halt am Ende dafür brauche. Weil wenn ich jetzt schon, also wenn ich da gleich stehe und merke, oh ich habe erst fünf Minuten geredet und bin aber schon bei der Hälfte, dann muss ich halt gucken, dass ich da noch ein bisschen mehr dazu schreibe. Und wenn ich halt schon deutlich über der Hälfte der Zeit bin, also der Beginn, und ich bin gerade mal in der Mitte, dann weiß ich auch, okay ich muss beim ersten Teil schon mal streichen. Einfach damit ich dann am Ende nicht das komplett fertig gemacht habe und dann voll daneben liege seitlich. Okay Freunde, let's go! Okay, also ich glaube es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass ich den Vortrag erst morgen halte oder im Laufe der nächsten Tage. Weil ich gemerkt habe, dass ich noch nicht ganz zufrieden bin. Also, den Hauptteil werde ich glaube ich sehr gut vortragen können, aber so beim Anfang muss ich noch ein bisschen gucken, wie genau ich das mache und daran so ein bisschen fallen, weil ich gemerkt habe, dass mir das so nicht so gefallen hat. Und ich muss sagen, ich habe ewig lang keine Vorträge mehr gehalten. Ich bin nämlich eigentlich sehr gut um Vorträge gehalten. Also in der Schule habe ich das immer sehr last minute gemacht und wurde dann trotzdem total gelobt. Aber deswegen möchte ich mich noch ein bisschen intensiver mit meinen Kartallkarten befassen und der Art und Weise, wie ich das vortrage. Denken mir auch so, okay, wenn ich mir jetzt noch so ein paar Stunden dafür Zeit nehme, dann ist es halt schon auch relativ spät und ich glaube vielleicht ist es ganz vorteilhaft, wenn ich das Ganze aufgeschlafen mache. Ich habe gerade einfach mal realisiert, dass ich jetzt schon über acht Stunden an diesem Vortrag sitze. Ohne Pause. Ich habe nämlich, während ich Mittag gegessen habe, habe ich nämlich halt auch noch weitergemacht und so. Also ich habe keine Pause dazwischen. Aber das ist so eine Sache bei mir. Wenn ich halt einmal in sowas drin bin, dann bin ich drin und dann möchte ich das einfach weitermachen. Also hört nicht auf mich, macht Pausen, ist immer besser. Aber ja, deswegen dachte ich mir auch gerade so, okay, nein, es ist ganz gut, wenn ich noch mal ein bisschen Abstand davon bekomme und mir das Ganze morgen auch noch mal anschaue. Ich werde jetzt weiter meine Karteikarten schreiben und mir überlegen, wie ich das Ganze dann vortragen möchte. Aber das werde ich jetzt hier ganz gemütlich im Bett machen, vielleicht vielleicht sogar nebenbei einen Podcast. Ja, einfach damit es ein bisschen entspannter ist, weil ich war gerade, ich war so im Modus, weil ich dachte, ich will das unbedingt noch heute fertig kriegen. Gut, dass ich mich gebremst habe, weil ich glaube, wenn ich halt irgendwann nach heute Nacht, heute Abend oder Nacht nach zehn Stunden Arbeit das Ganze dann noch fortgetragen hätte, ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, ob es so schlau gewesen wäre. Ich werde das Ganze auf jeden Fall jetzt ganz entspannt angehen und meine Karteikarten schreiben und mal schauen. Ich dachte, ich muss euch einmal noch kurz hier den Rest von meiner Präsentation zeigen. Ich bin sehr happy damit. Boah, diese ganze Animation. Oh, manne, manne, manne. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, da müssen noch ein paar kleine Schatten vielleicht gemacht werden, aber ich habe so lange gebraucht. Ich habe halt für alles Abbildungen rausgesucht und so, das hat echt lange gedauert. Okay, friends, ich bin fertig für heute und ich dachte, ich verabschiede mich noch einmal kurz. So, danke fürs Zuschauen, lasst mir gerne einen Kommentar da und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Tschüss. Achso, und falls ihr Fragen habt, Thema Präsentation, weil ihr auch irgendwie an der EU studiert und eine Präsentation halten wollt, dann fragt gerne. Oh, und ich gebe euch dann nächstes Mal Rückmeldung, wie es mit der Präsentation gelaufen ist. Okay, tschüss.